24. April 1966 Als ich morgens mich vor der Heiligen Messe vor ihm niederwarf, begrüßte ich ihn mit den Worten, mein anbetungswürdiger Jesus, du bist mein Augapfel. 25. April 1966 Auf dem Heimweg nach dem abendlichen Besuch des Allerheiligsten Altarsakramentes sprach Der Herr Jesus Eine jede Träne, die das Leiden aus deinen Augen presst, fällt auf die Seelen der Sünder und bewegt in ihnen die Tränen der Reue über ihre Sünden. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.